Hi, das bin ich mit meinem Pony Kansas. Den kennt ihr wahrscheinlich auch schon aus diversen Videos von mir. Leider komme ich mit etwa etwas schlechtere Nachrichten, beziehungsweise für mich, weil ich leider wieder eine Reitbeteiligung für ihn suche, weil die andere aufgrund von Zeitmangel mal wieder gekündigt hat. Hängt mir mittlerweile zum Hals raus, aber here we go again. Ich stelle euch einmal Kansas vor. Hier ist meine Freundin geritten. Der ist super lieb auch zu Anfängern, aber ich suche jemanden auf jeden Fall, der ihn auch fördern kann und der auf jeden Fall reiten kann, zuverlässig ist und langfristig bei uns bleibt. In der Dressur ist er ein echtes Schätzchen und ich würde mir wünschen, dass wir jemanden finden, der das auch weiter fördert. Er kann auch springen, ist jetzt aber nicht so sein Talent. Im Grunde kann man eigentlich jeden Spaß mit ihm machen. Der ist im Umgang so super geduldig und lieb. Wenn es ins Gelände geht, ist er ein bisschen spritziger unterwegs, weil er meint, er muss einen dicken Macker machen, weil er denkt, er ist der Schnellste, was er aber eigentlich gar nicht ist. Also alles eine Show. Ja, an der Dressur arbeiten wir natürlich auch. Da würde ich ihn, wie gesagt, gerne weiter fördern, falls du Interesse hast und aus dem Raum Quagenburg-Essen-Oldenburg kommst.